Was ich mir vorstellen könnte, da bin ich mir aber nicht sicher, dass... Nee, das geht nicht, weil ich ja sonst nicht auf die Tür raufkomme, ne? Halt um den Block, um die Tür rumspringen. Alter, ich bin nicht gesprintet. Nee, hat man gesehen. Das war ein Fail. Ich wollte mit Doppelwege sprinten, aber ich glaube, ich hab's so langsam gedrückt. Ja, mal gucken. Ich teste auch gleich mal. Das war alles andere, das ist auch gleich geil. Der Sprung ist richtig schwierig, Mann. Ich bin ungetestet. Ungelutscht, ungetestet. Ja, der Kanal hat ihn in den Namen. Dieser Sprung ist nicht machbar. Das glaube ich auch nicht. Das ist der, den wir... Entschuldigung, bei dem wir auch noch die letzten 100 Male abgekackt sind. Ein Vierer, also mit Rücken zur Wand. Oh, sorry, alles andere. Weil ich weiß, es ist halt 1-4 nicht mehr machbar. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein Vierer. Ja, das haben wir auch nicht gesprintet. Wie ein Sack. Wie ein Wasser-Sack. Wie deine fette Mutter einfach. Kann man so sagen. Wichtig mal. Oh, der sieht so verdammt scheiße aus. Jetzt will ich aber rein. Ja, Lison, was machst du denn hier, Mann? Ja, jetzt musst du... Ja, jetzt weiß ich wieder, was du meinst, Liam. Das war aus der Eis-Challenge diesen Sprung, ne? Ja, genau, das ist der. Ja, Lian. Ja, der ging. Ja, natürlich. Dann mach ich den wieder mit Doppel-W. Okay. Ja, das hab ich auch versucht. Der müsste genau so machen. Ja, und gemacht. Alter, der macht ja das wieder. Ich hasse Wain so, Alter. Aber das ist genau wie Hadi da jetzt in der aktuellen ADV oder das. Verpiss dich. Ich hab' ein Stück Scheiße, ey. Nee, hast du den auch gemacht? Ich bin einfach gut, Lian. Warte, ich guck dir mal weiter zu. Lian. Komm, verkacke. Warum? Willst du das? Ich will auch, dass du verkackst. Damit wir die Folgen künstlich in den Länge ziehen. Oh, Leute. Ich hab' einfach drüber gesprungen. Ja, okay. Den die tief zu einfach, die Challenge. Ich will ja nicht. Aber die ist einfach ewig. Ich will ja auch nicht Verlierer der Woche werden. Verlierer des Monats. Verlierer of the week, meinst du? Verlierer of the week, ey. Die dauert einfach so lange, diese Challenge. Das ist einfach so lang. Alter, das haben wir jetzt schon seit 10 Minuten, damit ich die Falte genau dann zumachen kann, wenn du hier hinspringst. Jetzt kommst du ja nicht hin, Alter. Du bist es nicht mal wert, zu treu, ne? Ich schaff's einfach grad nicht, ne? Oh, lol. Was mach ich denn, ey? Oh, lol. Was willst du bei mir? Ja, bei dir hab ich's nicht geschissen bekommen. Du kamst angeflogen, da hab ich nicht rechtzeitig die Falltür betätigt. Ach, wie ärgerlich, man. Die Challenge war eigentlich sicher. Na, hab ich so'n Scheiß gemacht. Das Einzige, was sicher ist, Alter, ist, dass du das viel daran machen kannst. So sicher wie ein Gurt? So sicher wie ein Sicherheitsgurt. Ja. So sicher wie etwas, was Sicherheit von etwas gewährleistet. Weißt du, statistische Sicherheit? Oder situative Sicherheit? Alter, ich geb das nicht, ich geb das nicht. Ich spür, ich geb das auch gleich auf, Mann. Du gibst es auf, weil du ein klein, ne? Cock. Ich schrägst dir einfach schon wieder seit, und wie gut, ja. Ich bin ein Cock-Sacker-Bütch. Weißt du, wieso ich auch gar gar nicht irgendwas vorlesen? Weißt du, weiß ich auch gar nicht, gar gar gar. Ich nehme den Scheiß ja auf, Alter. Kann ich das ja gar nicht machen. Ja. You don't say. You don't say. You don't say. Ich bin Alessandro. Nein, du bist nie. Du bestellst Alessandro. Ahm. Jung. Liam, das heißt korrekt, ich bin Liam und ich stelle Alessandro nach, aber nicht, ich bin Alessandro. Das ist falsch. Das war... Ich glaub, du wirst wieder in der Hässigkeit verschlagen, oder? Ey, die Challenge ist einfach mal so lang, dass es so ärgerlich war, wenn man da drunter runterfällt. Das ist doch noch aus der Linse, du Opfer. Ach ja, bin ich ja. Wie schlecht ich gerade einfach nur bin. Ich komm nicht mal zu diesem Vierer hin, damit ich da... Werden die folgen immer 15 Minuten, oder wie? Keine Ahnung, ich glaube schon. 100k-Spesche machen wir 30. Habt ihr aber am letzten Mal nur 15 Minuten gezockt, oder? Habt ihr nicht mehr aufgenommen, oder wie? Doch, doch. Wir haben eine halbe Stunde, also 33 Minuten ungefähr aufgenommen. Das heißt, da können sich die Zuschauer auf eine 18-Minuten-Folge freuen. Ein bisschen Überlänge. Weil wir zu viel Content produziert haben. Vielleicht mach einfach nochmal ein 3-Minuten-Video mit dem Rest. Gib mir abzocke, ey. Das ist einfach relevant für die nächsten Folgen. Nee, ich wette, dass sowieso das, was du jetzt gerade aufnimmst, würde eh für 50 Monate reichen, weil, alter, ich lade mich 2,5 Gigabyte jeden Tag hoch, ey. Du lade jetzt alles hoch, jeden Tag. Wenn ich das irgendwie auf mein Handy bekäme, dann könnte ich das über das Uni-WLAN hochladen. Da ging es ganz schön schnell. Das glaube ich dir nicht. Das hat ganze 2 Kilobit pro Sekunde. Okay. Und das ist damit das schneidste Internet der Welt. Aha, wie lustig. Das ist Stephen Hawking approved, Junge. Fette Male Stephen Hawking approved, ey. Oh, ich hab... Uloi. Hast du ihn gemacht? Ja. Ja, sehr gut. Ja, eigentlich... Danach ist eigentlich alles einfach, nur ich war... Was mach ich denn, Mann? Alter, ich liebe so Holztüren, weil man damit sogar cheaten kann. Holztüren! Und genau da bin ich auch runtergefallen, Leute. Loil! Der Sprung ist wie Köln. Ja, loil! Ja, deswegen. Und ich bin auch rübergeglitscht wie so ein Stück Scheiße. Alter. Das ist voll der Fake-Sprung, ne? Und ich war mir so sicher. Ich dachte so, jetzt kannst du echt richtig mehr Fällenspringen sind ja richtig... richtig Pipapo, ey. Die sind mega einfach, aber... Ja, wenn wir mal genau hinkommen. Genau da bin ich auch runtergefallen, ja. Das ist richtig lächerlich. Aber man ärgert sich vor allem so... Immer wenn man runterglitscht, ärgert man sich am meisten. Ja, das ist echt ärgerlich. Wenn das eigentlich ohne Probleme machbar sein müsste. Aber das ist doch nur, ey, ganz im Ernst, weißt du? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So wie unser guter Freund Lefauco. Der für uns auch Team Pest aufs Schneiden. Mach alles an, ne? Ja. Und gewartet, bis sie weg wird. Alter, diese Stelle mit den Falltönen geht einem so auf den Sack. Nun fällt er einem nämlich nur, weil man zu ungeduldig ist. Ja, die Challenges sind einfach mega lang. Das ist einfach mega nervig. Nein. Bin ich schon. Ich find die hier ein bisschen zu lang. Die sind sicherlich zu dünn. Das hat meiner Freundin gestern über meinen Penis gesagt. Dass die Challenge zu lang ist? What the fuck, Alter? Was sind sie denn daran jetzt? Die Challenge, ey. Ja, die Challenge ist, sie sind erst mal zu finden, glaube ich. Deswegen. Das ist halt eine zu krasse Challenge, hat sie dann halt gesagt. Boah, ich hasse dich so. Den finde ich niemals. Den, 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 ich bin Dehner. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es herausgefunden. Du bist Deh. Was machen wir jetzt? Du bist Geh. Lol. Du bist Gehner. Ja, muss ich runterspringen, oder? Ich mache, glaube ich, einen zweiten Kanal aus. Der nennt sich, der nennt sich Gehner. Oder Eehner. Ich nenne ihn Agenda 95. Ey, was soll ich jetzt hier machen? Wenn wir jetzt runterspringen, oder was? Wie bist denn du? Jetzt musst du runterspringen, kannst du vergessen, dann kommst du nicht mehr weg. Gar nicht mehr? Oder hinter nicht irgendwo, oder? Ne. Scheiße. Oder warte mal. Doch, doch, doch. Springen wir weiter? Springen wir weiter? Wohin denn? Ja, auf dem nächsten Block. Ja, ja. Das ist jetzt ein Vierer. Den bist du, oder? Der ist um einen erhöhten Vierer. Ach so, ja. Dann kannst du runterspringen. Das sah von hier so aus, ob das ein Vierer wäre. Das ist doch scheiße, Mann. Dann spring direkt mit deinem Tod. Hauptsache, man schafft den ersten, der zweite ist ja eigentlich genauso behindert. Fail ich doch. Oh, Mann. So, mal hat einer von euch, seit wir aufnehmen, das N-Wort gesagt oder so? Was? Ich denke gerade nur da drüber. Ich sag noch, ey. Ich auch. Einfach hinter hier runtergefallen. Ja, cool. Scheiße. Seht mich nicht. Ich bin nämlich... Ich bin nämlich... Scheiße. Was ist denn los? Du hast von den Fluren hier. Ich fall jedes Mal runter, wenn du runterfällst. Oh, wer hat denn jetzt diese Kackklappen da hochgemacht? Alter. Ich mach gleich einen neuen Kanal auf ungelogen, wirklich. Ungelogen. Nennst du den auch so? Da kommt aber der lieber ungespielt an und hetzt dir seine Hawaii-Hemd-tragenden Anwälte auf den Hals. Das ist doch locker schon Patent auf das Un. Plus der Patent- Transaktion, ey. Ey, wenn ich das geschafft habe. Echt? Hast du echt... Nee, hat er nicht. Letzter Sprung. Alter, ich hasse mich so, ey. Was war denn der letzte Sprung? Es war nicht der letzte Sprung, ey. Ich bin einfach bei dem... Also, wenn man auf der Metallschule draufsteht, den hab ich noch geschacktet. Was? Geschacktet? Den hab ich doch geschackt. Haft. Ja, dir muss es nicht peinlich sein, dass man es schafft zu sagen. Haft. Haft. Ey, meine Zunge ist grad so behindert, ey. Ist grad, wenn ich mir abschließt, gesagt. Ich hab meine scheiße Zunge. Ja, nicht nur gerade. Das ist dann nochmal schneller. Ich dachte, das ist das schon geschafft, Mann. Was? Ich dachte, du wärst schon auf der oberen Pfeilthöhe. Deine Mutter ist auf der oberen Pfeilthöhe. Ich mach jetzt mal einen auf Hardy. Boah, ey, bei mir leckt das so. Ich hab locker nur 10 FPS. Natürlich habt ihr in der Aufnahme immer noch eure lockeren 60, aber ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben. So. Jetzt darf ich nur nicht den zweiten wieder verkacken. Wollen, wie geht's eigentlich deiner Mutter? Ja, nach dem Arschweg gestern von dir nicht so gut. Ja, wir hätten nur was von Arschweg gesagt. Sicher ehrlich sein. Vielleicht in die Richtung denkst. Ich meinte, ihre Rosette brennt. Geht die ganze Zeit so mit Krücken durch die Wohnungen. Ne, ja, so mit gespreizten Beinen, weißt du. Das gefällt dir natürlich. Ja, ja. Ja, und? Hab ich nicht warum das ist mir nicht gefehlt. Das war einfach so geil gestern, als alles vermessen war mit ihren mit ihren Händen. Ja. Was? Was? Was hat alles an meinem Penis an meinem Penis? Ja. So. Das ist einfach so Killer. Junge, das ist eine Live. Das ist so Killer. Killer. Ich bin Killer. Killer. Du hast das nicht geguckt, ne, Wayne? Doch, das habe ich geguckt. Aber ich kann mich gerade erinnern. Das war so rünstig. Ich weiß, dass Jay das gesagt hat. Das war das Beste, was für Jay je gebracht hat. Weißt du, wer Jay ist? Ich? Ja. Nein, doch nicht los, Junge. Ich gucke doch jeden Tag. Den. Ja, auf jeden Fall. Ungefilmt, ne? Ja, ungefilmt, ungespielt, Dena, Floyd, Mr. Trashpack. So sieht mein YouTube-Stundenplan aus. Trashpack. An dieser Stelle möchte ich aber mal anmerken, dass ich tatsächlich... Du bist und schloss die, Alter. Wie gelohnt das? Ah, geile. Wo stand er denn? Ich weiß nicht, ich bin da oben, ich springe nach 20 und mache die Klappen da hoch, richtig ordentlich, gehe wieder zurück, um Andor aufzunehmen, alles. Du kommst da einfach hingepumpelt und du schubst mich einfach runter, ey, wie so ein Nigger. Oh, nein. Oh, scheiße. Du musst sehr zensieren. Geil. Ich zensiere das doch nicht, Alter. Wie soll ich das denn machen, Alter? Ja, Pech. Es ist halt so, oder? Du musst die ohne Spur erst mal treffen, sagen, wir sagen, es ist einfach eine Dokumentation über Schwarze in dem Jahr 1960. Du sagst bloß nicht nochmal, du. Ich hätte dir schwarz das N-Wort gesagt. Aber nicht das mit N-I, sondern das mit N-A. Du Lager, ey. Warum? Das ist doch nicht verboten. Leute, die einen nerven. Hast du das gesehen, was aufs Neckler? Ne, klar. Oh, Nagas. Das englische Wort für Nervensehen. So geil. Die Zuschauer wissen, wovon ich hier rede, werde ich natürlich alles, über das wir reden, in den Kommentaren verlinken. In der Beschreibung. Das war schon die erste Stelle fürs Best-Off, habe ich gehört. Was? Das war schon die erste Stelle fürs Best-Off. Oder ist ich das falsch? Ja, das muss Lerf entscheiden als Sando. Das ist ja nicht... Das sind noch zwei Videos. Aber erst mal müssen wir Lerf Hauco ja auch bezahlen. Da kriegst du ja... Mit Glowjob. Das haben wir jetzt noch mal ein Revival der lustigen Auflärmstechnik. Ey, ich kiss dich gleich an, Mann. Das gibt's nicht. Lass uns doch versuchen, einfach da zu beginnen, wo wir aufgehört haben. Bei Julia. Nennen wir sie Julia. Endpunkt.